1 zu 0 für den Gast. Wir schauen mal, ob es abseits war. Ne, war es nicht. Und dann der Pass. Auch nicht. Alles korrekt. Dann kommt der wunderschöne Pass in die Mitte, dem Baba. Und dann sagt der Luis Gustavo, vielen Dank für meinen ersten Saisontreffer. Der Brasilianer, der eh überragend auftrat in den ersten drei Spielen. Das ist auch einer, der ist wie verwandelt. Der ist komplett anders. Und das war logischerweise eine leichte Nummer. Auch Tobias Sippel hatte da keine Chance. Und damit führen sich schon wieder die Ersten in der Belletage des deutschen Fußballs derzeit, die an jedem Spieltag...